Kurz erklärt, heute geht es um das Spiel Bonanza, das Duell. Ihr solltet zwei Bohnenbauern sein, ihr solltet zehn Jahre alt sein und eine Runde dauert ca. 45 Minuten. Ja, wer das Grundspiel Bonanza kennt, weiß, worum es hier geht. Man zieht wieder Karten, man baut sie an, man erntet sie, man kriegt Geld dafür. Allerdings kommt hier dadurch, dass es das Duell ist, nochmal ein Schenkenpart dazu. Sprich, bei jeder Runde muss etwas verschenkt werden. Wenn der Gegner das nicht annimmt, muss er etwas anbieten und so geht das die ganze Zeit. Spielende ist, sobald der Nachziehstapel aufgebraucht ist und dann ist nach der dritten Phase auch Ende. Das Spiel kostet um die zehn Euro und man braucht relativ viel Platz, da man wieder sehr viele Karten vor sich auslegen muss, da man ja sehr viel anbauen kann auf seinen eigenen Wohnfeldern.